Hallo liebe FC Realfreunde, am 5. September war es mal wieder soweit und wir trafen uns zum offiziellen FC Realkup, der diesmal an unserem Standort in Schwerin stattfand. Bereits zum vierten Mal trafen sich die verschiedenen Standorte, um untereinander das beste Fußballteam zu küren. Der Standort Schwerin feiert in diesem Jahr seine Premiere als Gastgeber. Die Mannschaften auf dem Platz taten von der ersten Minute an alles, um den Zuschauern auf der Tribüne einen Fußballtag zu bescheren, wie sie ihn lange nicht mehr erlebt haben. Die Mannschaften der anderen Standorte hatten allesamt schon eine lange Fahrt hinter sich. Die Münsteraner und Osnabrücker waren bereits zwischen 5 und 6 morgens in den Bus eingestiegen. Wen wundert es da, dass der ein oder andere noch ein wenig müde war. Aber wer sich FC Real nennt, lässt sich so schnell nicht unterkriegen. Und wenn uns einer überholt, dann höchstens sind wir selbst. Aber was soll ich reden, schaut's euch selbst an. Wald feste. Warum sch exclusionst Wunsch und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020